Also seid ihr jetzt echte Schurken? Naja, äh, technisch gesehen... Nein! Habt ihr jemals einen guten Gefangen genommen? Einen richtigen Superhelden? Nein! Habt ihr Ahnung vom Tarnen? Nein! Nein! Also gut, ich verstehe. Also mach ich euch im Schnellkurs zu brauchbaren Schurken. Hey! Wir sind Nummer 1. Hey! Wir sind Nummer 1. Und jetzt genau zuhören. Ich muss euch mal zeigen, worum's hier geht. Pass gut auf, damit ihr mich versteht. Wer die Nummer 1 sein will als böse Weg, kann Superhelden fangen und verpasst sie nicht. Hey, los, los, los! Nun schleicht euch heran, wie ich es mach. Seid leise und vermeidet Krach. Das war ein Befall! Wir sind Nummer 1. Halt! Wir sind Nummer 1. Wir sind Nummer 1. Ha, ha, ha! Los, nehmt dieses Netz! Jetzt wird er gehetzt! Wenn ich ruf jetzt, dann werf dir das Netz! Jetzt! Du bist... ...verrestiger Freud, unser Peitling! Tut, was getan werden muss! Ein alter Trick, leicht auszumalen! Der Kerl rutscht aus auf den Bananenschein! Ha, ha, ha! Verreicht, ein Verzager! Hey! 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 Wir sind Nummer eins Wir sind Nummer eins Wir sind Nummer eins Heim Hüther!